In der Welt, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen Jeden Zeit her, behalte ich ihr Herr Und in mein Gedächtnis wie weg ist es fern Und wenn ich dann häng' wie viele der besten und wurden Irgendwann blutet mein Herz, doch mein Hunger steigt Ich lieb und täglich frei, bin nur ein Anfang Und er kennt meine dreckigen Zeiten Und raus aus dem Sumpf, kennt man sich allein Und die Grenzen verschwinden zwischen Freund oder Feind Ich denke, die Zukunft nur nachher von meinem Bluetooth Willkommen, das heißt, wir sind alle nicht mehr cool Die einzige Priorität, ich seh ja mit Gott und den Kindern Meinen Kindern geht es ruhig Ich habe kein Spiel mehr Kein Platz, verbaue ihre Zweifel, ich bin wie der Wind Für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen Ich merke dein Schlaf, und wenn dein Bruder Ich hab keine andere Wahl Ich habe kein Millimeter Stoff Ich hoffe, die Chance gibt dir Gott nur ein Mann Ich habe alles, das ist mein Schlaf, Der hat über Kopf, der Mann bei den Dokteln in den Tag Wo ist wieder los? Wir kommen weiter hoch Doch am wegen dem Puschel steiglich da Die Ziele werden gleich, weil die Zeit Und mein Körper ist so hoch Von gar nichts zu etwas, von etwas zu viel Und nur viel kann man drehen, also hacker ich mich hoch Und dann glaub ich an dich, aber doch an die Wieso Es hat so viele Tränen, man hat lieb so viel gekostet Doch keine davon wird empfohlen Ich laufe auf einem Tränen, voller Scherben und Stein Und ich mach mich von zwei, da komm ich ins Wort Lass mich draus und dann kenn ich mich Ich mach dich nicht, ich mach mich Und dass die yeah, ich mach mich hatte mal einen schönen翔 Und jetzt kommt dann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Siehst du deine berufliche Zukunft immer unten oder aufwärts? Möchtest du mit der Hand oder mit dem Kopf arbeiten? Weiter. Möchtest du was in der Welt verändern? Was? Wird Arbeit schwieriger oder einfacher? Möchtest du was in der Welt? Möchtest du was in der Welt? Möchtest du was in der Welt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich meine, schauen Sie mich an, ich muss irgendwie meine Familie lernen, irgendwie muss ich übergrunden, ich brauche die. Ich muss zugeben, ich habe Angst und im Grunde genommen haben wir das doch alle irgendwie, zum Beispiel Fasernstränge, für die wir, ob wir uns eingestehen oder auch nicht, doch alle irgendwie in uns tragen. Oder möge es die Angst oder auch der Gesunde oder ja auch ein gesunderes Welt vor dem Chef sein. Ich habe doch alle mal Tage, an denen wir denken, wäre es jetzt schön und längst zu bleiben oder vielleicht doch mal negativen Gedanken. Ich habe nicht einmal mehr aufzustehen, doch was, wenn es zum Alltag wird. Manchmal habe ich auch solche Tage, wo sich zugeben, dann habe ich diese Tage teilweise zu meiner, teilweise zu monativen und auch zu Jahren entwickelt, nach wo man lieben hat. Ich gebe mir die Motivation, das Interesse, mein Wohlheitsgefühl oder mein Kampfgeist. Denn am Ende des Tages, was wir doch alle mal sagen können, ich habe etwas geschafft, ich kann stolz auf mich sein. Ich fühle meinen Teil, ich möchte helfen, möchte diese doch so auch negative Welt wenigstens und positiver machen. Das füllte mal mit Sozialdemokraten, wo noch einmal auf das eigentliche Thema zu bemühen kommt, was, wenn man das überträgt, eigentlich perfekt auf meine Worte passt. Die Arbeit von Menschen, die in kleinen Wochen auch da, um das Leben zu weisen will, oder auch die Kita bzw. in der Kindergarten oder das Eisenheim. Wir sind wahre und dann werden uns eigentlich alle mal noch angeliebt sein. Doch im Endeffekt brauchen oder wollen wir ja anders selten. Wir brauchen Durchhaltsvermögen, Motivation, Spaß, Sicherheit. Genauso wie wir auch die Worte bringen und das Wohlfühlen wollen. Unsere Wohlfrau, unsere Freiburgung oder im Endeffekt auch einfach nur mal uns selbst. Wir brauchen die Wohlfrau, unsere Freiburgung oder im Endeffekt auch nicht. Wir brauchen die Wohlfrau, unsere Freiburgung oder im Endeffekt auch nicht. Eine Ausführung. Und dann noch eine gute Ausführung. Und selbst auch nicht so. Und abhängig zu sein. Und in 20 Jahren könnte ich so auch meine eigene Familie befinden. Eine Ausführung. Vielen Dank. Applaus